Hey ho Leute! Willkommen wieder bei meinem Marathon. Ich bin Akifel und ich nehme gerade ganz viele meiner Filmreviews auf, die ich im Vorfeld schon mal geschrieben hatte. Keine Angst, es kommt immer zwischendurch exklusive Reviews. Wie gesagt, ich mache es in erster Linie jetzt bei YouTube mit den Reviews. Wollt die anderen natürlich mit rübernehmen, damit man die Meinung denn auch zu den Filmen aussieht. Heute soll es, oder jetzt soll es um ein sehr umstrittenes Werk gehen in Deutschland. Ich sage im Vorfeld gleich, dieser Film ist in Deutschland nach Paragraf 131 StGB beschlagnahmt. Ich möchte hier betonen, ich will mich kritisch mit dem Film auseinandersetzen und ihn nicht bewerben. Von daher im Rahmen mit der kritischen Auseinandersetzung kann man es mir anscheinend nicht verbieten. Deswegen auch hallo. Gut, dieser deutsche Titel dieses Werkes, nackt und zerfleischt, klingt schon grausam. Das ist der reißerische deutsche Titel, wo man auch sagen muss, der Originaltitel Cannibal Holocaust ist kaum zurückhaltender. Ja, dieser Film ist von Ruggiero Deodato und ohne Frage, ja, sein berüchtigstes Werk. Und ja, letzten Endes mit der Mondo Kannibale, der Vogelmensch, der Schlitzer und Kanten Run hat er ja auch einige andere nicht gerade mainstreamige und harmlose Filme gedreht. Naja, und was wurde Deodato alles hier nachgesagt, beziehungsweise alles über Cannibal Holocaust erzählt. Ich nenne ihn im Folgenden auch Cannibal Holocaust, weil dieser deutsche Titel mir dann doch noch zu doof ist. Die Gerüchte reichen davon, dass er mit echten Kannibalen zusammengearbeitet hätte. Bis zum Skandal, dass er angeblich echte Tötungen von Darstellern gezeigt habe. Was natürlich Humbug ist und er in Italien vor Gericht auch nachweisen konnte, dass das Humbug war. Aber gut, erst mal der Reihe nach. Der Film teilt sich grob in zwei Hälften. Und zwar, in der ersten wird der Anthropologie-Professor Harold Monroe in den Amazonas geschickt. Der soll das Verschwinden von Dokumentarfehler Alan Yates und seiner Crew aufdecken. Und ihm zeichnet sich nach und nach ein sehr düsteres Bild von der ganzen Truppe, denn die Journalisten haben anscheinend einiges getan, um den Zorn der Eingeborenen auf sich zu ziehen. Und naja, das Ausmaß ihrer Taten wird erst im zweiten Teil offenbart. Und hier kriegen wir sozusagen das kaum behandelte Rohmaterial, Filmmaterial ihrer Ausschweifung und Inszenierung im Dschungel, die letztendlich zu ihrem Untergang geführt haben. Nun, die Inhaltsangabe deutet ja schon an, dass Cannibal Holocaust mehr sein könnte als eine reine Schlachtplatte. Doch dazu später mehr, denn anfangen möchte ich mit dem größten meiner Ansicht nach fast einzigen Kritikpunkt an Deodatos größtem Film. Und dieser Punkt betrifft so ziemlich alle Kannibalenfilme, zumindest die halbwegs nennenswerten Beiträge. Ich will jetzt nicht von Nennenswert reden, weil die meisten Kannibalenfilme sind auch wirklich scheiße. Selbstankalt sind die meisten einfach scheiße. Der Tier-Snuff ist nicht ganz die richtige Bezeichnung, nur ich will mich jetzt hier nicht an Semantik aufhalten. Das sorgt für eine authentische Atmosphäre, aber es ist an sich unvertretbar wirklich, dass echte Tiere vor der Kamera geschlachtet werden oder halt getötet werden. Und da spielt es auch jetzt wenig eine Rolle, ob es nur Nahrung für den Cast waren und Cast und Crew waren oder nicht. Denn letzten Endes müssen wir sagen, ja, das sind Rechtfertigungsversuche und das kann man sich gleich schenken. Das ist voll daneben. Und ich meine, tricktechnisch konnte man es damals nicht anders machen. Indios machen diese Sachen wahrscheinlich in ähnlicher Form so oder so, denn ich denke mal, wenn man eine Schildkröte verzehren möchte, macht man das nicht ganz so. Aber gut, es ist scheißegal, was da für Verteidigungsansätze gebracht werden. Gut heißen kann man das nicht. Andererseits ist das, will ich jetzt auch mal hart sagen, Arschloch, dass ich bin, kein K.O.-Kriterium für, meiner Ansicht nach, kein K.O.-Kriterium für einen Film aus einer Zeit, in der diesbezüglich wohl eine ganz andere Mentalität herrschte. Heute dürfte man sich das nicht mehr erlauben. Aber gut, denn der Film hat ja auch so seine positiven Seiten. Wie manch ein anderer Film mit kontroversen Hintergründenfaktoren zeichnet sich Cannibal Holocaust vor allem durch Innovationen aus. Während die erste Filmhefte wirklich so eine Art klassischer Abenteuerstreifen ist, kann man die zweite Getrost als fast schon Vater des Found-Footage-Horror bezeichnen. Und das mag für manch einen Mainstream-Zuschauer verwunderlich wirken, aber lange vor diesem, meiner Ansicht nach, unsagbar miesen. Hier, ich habe es gesagt, Blair Witch Project. Blair Witch Project war langweilig, scheiße und so gruselig wie eine alte Tennissacke. Der ist das beste Paradebeispiel für intelligenten Internet-Hype. Aber naja, eigentlich hat ein Italiener namens Ruggiero Deodato in einem Retrospektive, denn doch eher ungeliebten Subgenre die Mechanismen des heute so totgetrampelt und auch so beliebten Found-Footage-Horrors verwendet. Denn das Team um Alan Yates, das filmt mit zwei Kameras und wir sehen am Ende quasi den Rohschnitt. Keine Hochglanzoptik, keine hektische, ne, keine Hochglanzoptik, eine Menge hektische Schwenks, mittendrin stand nur dabei. Und ich muss gestehen, nie hat mir das besser gefallen als bei Cannibal Holocaust, denn A, ist es storytechnisch wirklich sinnvoll eingebaut. Es wirkt sehr authentisch. Es sind zwar einige Fehlerchen drin, aber es wirkt sehr, sehr authentisch. Und, ja, ungezwungen. Und ich hatte irgendwie nicht einmal das Gefühl gehabt, dass hier ein klassischer Film, das hätte sinnvoller auf den Punkt bringen können, was ich bei manchen von Footage-Horror-Filmen nun leider dann doch so habe. Aber gut, denn auch ein weiterer Punkt erhebt Cannibal Holocaust meiner Ansicht nach von diesen restlichen Kannibalen-Schinken, die sind ja auch, die Hälfte davon ist beschlagnahmt. Man kann ja von beschlagnahmen Haltungen halten, was man möchte, ob die Hälfte davon auf dem Index oder unter ausländischen Ladentheken versauert und hier in Deutschland nicht verkauft werden darf. Ist mir Schnurzpiepe, weil diese Film ist ein bisschen scheiße. Ah, mein Gott. Deodato will uns mit seinem Film wirklich was sagen, beziehungsweise weniger Deodato. Da muss ich ein bisschen Update bringen zu meinem Review bei Schnittberichte.com. Meines Wissens war es auch so ein bisschen als Kritik an Prosperi und Jakob Petty für ihre Mondokane-Reihe gedacht und wohl auch für Afrika-Adio. Denn Cannibal Holocaust prangert die Gewalt- und Sensationsgehe der sogenannten zivilisierten Welt an. Deodato hat sich das dabei gedacht. Genau genommen hat sich der Autor der Vorlage das gedacht und Deodato hat das halt so ein bisschen gefilmt und ist ein bisschen in seine eigene Falle getappt. Komme ich gleich zu. Yates und sein Team, die inszenieren halt so die Stereotypen und Gräueltaten nicht nur aufgrund dessen, dass sie selbst, die inszenieren halt gewisse Stereotypen und Gräueltaten, ja, nicht nur, weil sie selbst Gefallen an dem Treiben finden, was immer mehr überhand nimmt, sondern auch, da die Menschen genau das erwarten und sehen wollen. Friedliche Eingeborenenstammen bringt keine Quoten. Dass ein ganzes Dorf abgefackelt wird, weil ein gegnerischer Stamm da angreift. Ja, das bestätigt ja unsere schönen Bilder vom, ja, gewalttätigen Wilden und wir sehen uns doch gerne bestätigt, muss man sagen. Eine Eingeborene wird vergewaltigt von Yates und seinem Team, abgesehen vom angewiderten weiblichen Mitglied, weil sie ja nur eine Wilde ist. Und danach wird sie aufgespießt, nur um vor der Kamera denn zu signieren, wie grausam diese Bestien sind. Und selbst dann, muss man ganz klar sagen, sie ist ein Filmmitglied, das so ein bisschen angewidert ist. Ich meine, sie findet das nicht toll, aber erst mal, sie macht nichts dagegen und zweitens scheint eine ihrer größten Sorgen auch sein, dass das Verschwendung von Filmmaterial ist. Sieht man mal, wie manche Menschen über andere Menschen denken. Nun gut, diese Ungeblümtheit und wie drastisch das denn teilweise auch wirklich inszeniert ist, das unterscheidet Deodatos Versuch der Kritik von Lenzis, Umberto Lenzis, halbarschigen, pseudogesellschaftskritischen Versuchen wie die Aten Alive, also lebendig gefressen oder Cannibal Farox, die Rache der Kannibalen, dem Publikum unterjubeln möchte. Oh, ich möchte gesellschaftskritisch sein. Aber egal, hier habt ihr Blut, seid zufrieden. Die sind nämlich nicht wirklich gesellschaftskritisch. Wenn Lenzis das machen wollte, dann hat er sich dabei sehr, sehr plump angestellt und sehr, sehr voll daneben, also ins Fettnäpfchen rein. Flachkörper. Nun gut. Von daher hat es nicht nur den Anschein, dass das hier so eingebaut wurde, um das Gewissen zu entlasten, sondern weil es wirklich ein wichtiges Anliegen war. Zumindest von dem Drehbuchautor und demjenigen, der sich die Vorlage ersonnen hat. Deodatos spielte auch geschickt damit in Erwartungen der Zuschauer, dass die Kannibalen die Bösen sind. Denn damals Kannibalen, das sind die Bösen. Die wollen fressen. Menschen fressen. Und da spielt er ein bisschen geschickt mit. Man erwartet halt unzivilisierte Fleischfresser und bekommt eigentlich nur halbwegs friedfertige, aber ablehnende und skeptische, da sie traumatisiert wurden und wirklich angegriffen wurden und genötigt wurden, Dinge zu tun, die sie nicht mögen. Eingeborene. Und als man in der zweiten Hälfte dann die wahren Bäschen sieht, dann entledigen sie sich nur den noch schlimmeren Monstern. den sogenannten zivilisierten Filmteam. Denn die ganzen bösen Bestien verteidigen sich letzten Endes auch nur. Also, logischerweise, jetzt muss ich hier mal kurz gucken, logischerweise geht es bei alledem nicht unbedingt zimperlich zu. Denn, ja, man muss sagen, Cannibal Holocaust ist immer noch ein Kannibalfilm. Das geht kaum zimperlich. Gerade 1970er am Ende und die 1980er, da wurde sowas auch nicht gerade subtil gedreht. Cannibal Holocaust ist mitnichten, die Gore-Granate, als die manche ihn verschreien oder halt auch bejubeln. Er ist trotzdem kompromisslos und brutal. Da besteht keine Frage. Und womit Deodato? Und das ist halt dieses Schöne an diesem Film, was ich so charmant finde. Ironischerweise verfällt Deodato diesem Problem auch, dass er halt Blutdurst und Sensationsgier der modernen Welt befriedigen möchte. Und damit eigentlich genau dem, was der Drehbuchautor kritisieren will, dem selber unterliegt. Und wie gesagt, in meinen Augen war das wirklich sympathisch. Dieser Makel, dass Deodato die Kritik des Drehbuchautors, hinter der er anscheinend ja auch irgendwie gestanden haben muss, oder er dachte sich, hey, ich will einen Kannibalenfühl drehen. Oh, das sieht nach einem guten Drehbuch aus. Nehmen wir das. Dass er, ja, Deodato seine Kritik über diese Kritik letztendlich nicht anbringen konnte, um genau in die Muster zu verfallen, die er kritisiert. Diese ganzen Mechanismen, die er anprangert, ja auch diese auch zugreifen muss und nur erneut zeigt, wie tief das im Mensch verankert ist. Das ist weniger, jetzt ganz konkret, bewusst, klasse inszeniert von dem Film. Das ist einfach nur so etwas, was sich so ergeben hat, was ich irgendwo unheimlich urig finde. Muss ich sagen. Das macht es für mich wirklich sympathisch. Ansonsten muss man auch glasklar Ritz Ortolani's Score mal wieder hervorheben. Denn der für den Oscar nominierte Komponist und erneut wieder ein bisschen Ironie, die Nominierung für den Score, die hat er für Mondo Kane gekriegt. Der hat hier vor allem zwei Themes, die besonders hervorstechen. Einmal so ein dunkles, bedrohliches für die nicht gerade wenigen verstörenden Szenen in diesem Film. Und das macht in seiner Wirkung mehr aus als irgendwelche Soundeffekte. Denn die Soundeffekte, es gibt keine Sound, nicht wirklich Soundeffekte bei gewissen Szenen, nur diese Musik. Und dennoch ein ruhigeres, das gerade in vielen Landschaftsaufnahmen, diesen vielen Landschaftsaufnahmen, die man zwangsläufig auch hat, so eine poetische Schönheit verleiht. Und meiner Ansicht nach übertrifft er hier sogar seinen genialen Score zu Afrika Adio. Und markanter und passender hätte er es echt nicht machen können. Auch wenn eine gewisse Manipulation, die mit den Szenen und der Musik in Verbindung einhergeht, auch nicht ausbleibt. Ja, schlussendlich, um es auf den Punkt zu bringen, Cannibal Holocaust ist meiner Ansicht nach einer der ganz wenigen Kannibalenfilme, die man überhaupt ernst nehmen kann. Und, ja, mit denen sich ein Fan extremer Filmkunst auch, ja, blödmal, den er gesehen haben sollte. Er ist meines Wissens nach sozusagen der Vater des Thorn Footage. Er hat eine Aussage im Grundtenor vom Drehbuchautor so gedacht. Die bringt er dann halt auch an sich gekonnt rügebar und unterliegt letzten Endes aber auch genau den Sachen, die er kritisiert. Und der Film hat einen genialen Score, der in Erinnerung bleibt und jede Szene perfekt untermalt. Ohne die drastischen Gewaltszenen, die ihn zum Kultfilm und das Kletterfans gemacht haben und dank des Tearsnuffs halt auch eben unter denen sehr umstritten gemacht hat, wäre der wohl allgemein für viele ein Meisterwerk. So bleibt es halt wirklich ein Skandalfilm, der halt auch wirklich ein bisschen aufsehen erregt hat. Aber für Freunde extremer Filmkunst, die über Szenen mit den Teenen hinwegschauen können, ist es definitiv ein sehenswerter Film. Man müsste fast sagen, wenn man sich filmhistorisch mit extremeren Filmen auseinandersetzt, ist dieser Film Pflicht. In Deutschland darf man ihn halt nicht erwerben und auch der Weg über das Ausland ist da nicht wirklich legal. Da müsste man einen Anwalt fragen. Deswegen, wie gesagt, an dieser Stelle will ich es nochmal betonen, auch wenn mein persönlicher Eindruck zu diesem Film positiv ausfällt, soll das hier keine Empfehlung sein, sondern einfach nur eine filmhistorische Betrachtung, dass dieser Film definitiv gewisse Wirkungen hatte, gewisse Qualitäten besitzt, aber nun mal auch gewisse Schwächen und gewisse problematische Szenen beinhaltet, wie zum Beispiel gerade diesen Tiersnav und von daher, wie gesagt, hoffe, dass ich ein bisschen Einblick in diesen Film verleihen konnte, ohne dass jetzt alle losrennen wollen und sich gleich holen wollen, wie gesagt, für Mainstream-Schauer sowieso nicht und ich denke mal, Splatter-Film-Fans haben den sowieso an Cut zu Hause stehen, wie all das deutsche Gesetz da sagt. Besitz ist ja auch meines Wissens nicht illegal, aber scheiß drauf. Wie gesagt, ich hoffe, ihr fandet es interessant, könnt ihr auch gerne mal in der Commentary-Section euch auch zu äußern, wenn ihr den Film gesehen haben solltet und ja, wie gesagt, hoffe, ihr schaltet die nächste Reihe rein. Es gibt natürlich noch den einen oder anderen Film extremerer Natur, mit dem ich mich dann auch noch auseinandersetzen werde. Von daher, bis denn, euer Akifel.